äh toll ich kann nicht schnell reisen wenn Feinde in der Nähe sind oh da ist ein geschützt ja 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 Was ist das? Ah, Mann, 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 Mann. Wie kann ich hier denn essen? Oh, da kriege ich. Strahlung widerstehen. Wollen wir dann das essen? Oh. Okay, geht aber voll jetzt, ne? Wo ist denn jetzt mein... Dein Zeug ist dem ganzen Aufwand hoffentlich wert. Hm. Oh, was macht jetzt? Uiuiui. Aber wie werbe ich denn jetzt die Mulder draufgeguckt jetzt, ey? Das gibt's ja gar nicht. Okay, hier kommt sie da. Oh. Wie kann ich denn da... Festgekettet. Okay, da kommen wir nicht rein. Das Problem ist halt, dass ich die... Okay, der ist... der ist tot. Und da sieht mich noch einer. Sechs Kugeln hierfür noch. Mist, ey. Die ganze Munition geht mir aus. Das ist scheiße. Wo ist der? Ach, da unten ist der. Verreckt doch, du Arsch. Alle daneben, ey. Super. Kann ich ja besser so schießen. Eine Kugel. Super. Okay, okay. Oh, der hat aber fett Wumms. Hat aber nicht viele Kugeln. Scheiße. Okay. Dosen brauchen wir nicht. Stimpack mal, ne? Ich hoffe, ich hab da noch genug von. Ich hoffe, ich habe da noch lange. Ich hoffe, ich verrufe, ich habe das. Okay. 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 Da sind die Kronkorgen Ich war da gerade am gucken weil Aber nirgendwo Munition ne Das ist doch kacke Ein Besen ist ja auch schöner Ach das kotz was Das ist keiner Okay so Das haben wir sauber gemacht Dann gucken wir jetzt da vorne nochmal Ich nehm nochmal So Strahlung weg machen Und Hunger auch weg machen So mal gucken Okay der ist kaputt Und noch nicht ganz Jetzt so Ach hier ist auch ein Eingang Seht ihr mal unten Wo schießt er denn Da oben drauf ne Hier war er doch oder Oh da ist aber auf jeden Fall noch was Oh toll aber nichts was irgendwie Was uns großartig weiterbringt Kacke Ich hab ihn noch nicht gesehen aber doch Ich dachte erst er schießt von hier oben Okay dann nehmen wir mal die Schrot Flimt er wieder Wollen wir da die Tür reingehen Dann hoffen wir mal das Das jetzt ein bisschen besser läuft Ich muss nicht gerne Schüttung ab See you schon geister Okay. ich kann das den ganzen tag lang machen da ist so ein kleiner Apfel guck mal da schade ich dachte ja der könnte irgendwas das war deine Mutter die haben alle keine Munition ey ich kann das doch nicht kotzwurst alles machen lassen so da sind wir wieder zurück ja da ist mir doch tatsächlich der Rechner abgestürzt jetzt weiß ich nicht so genau wo wir anfangen müssen ich hoffe wir noch in der Anlage drin und nicht draußen irgendwo wieder oder so wie eben vor so 1000 Leuten ok 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 wir sind auf jeden Fall schon mal hier drin oh nein Granate ah da steht er ich habe ihn gesehen ok hier war noch Bümpel den brauchen wir nicht ok oh Granate er grillt sie alle ok auch zu brennen wieder gucken so die Kronkorken die holen wir uns natürlich noch alle wieder ok ich will den Rücken schießen ja so 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 auf Seite lass mich doch mal da rein Patronen Süßkuchen Automatik Pistole nehme ich mal mit die Kugel gleich mal an Kuchen Aschenbecher dass ich habe mich verpisst dann bist du kaputt sie haben sich verzogen sie haben sich verzogen was so nicht so was denn dafür war das? deine Mutter war das? ich bin voll in den Arsch geschossen ne Spielzeugauto nur verfickte Feiglinge verstecken sich ganze Aufregung wegen nichts so so wenn du das klemmen und den Schraubenzieher brauchen wir alles nicht brauchst dich nicht verstecken ist bald alles vorbei nichts mehr zu sehen von ihm ich versteck mich doch auch gar nicht ihr denkt nur dass ich mich verstecke ok steh mal auf guck mal da wasser trinken können wir da wollen wir nicht ne wir wollen nicht trinken wer weiß 10 Kronkorken 24 ne da geh ich doch lieber wieder auf die ach diese diese Pistole die ich gefunden habe wollte ich mal angucken 21 das ist die glaube ich ne 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 automatisch die hat nur 12 war die so scheiße so wo da geht es noch weiter runter da ist ne Tür ist das nach draußen ne das geht nicht nach draußen ok 45 45 45 Kronkorken raten hat ein gift ich will kein raten gift scheiße was war das da oben ist er ok da müsste doch das andere gewehr nehmen ok komm mal rein kotzen wirf da oben ist er so was ist da oben denn noch einer ah da noch acht kugeln nur noch so der falsche warum schmeißt er da feuer auf mich das gibt es ja gar nicht so schrotflinte ich denke da komme ich mit einer raus ne ne kommt nicht aber wir müssen damit sicher rein kommt denn jetzt kotzt was mit scheiße scheiße da haben wir noch vier kugeln mit dem repartiergewehr mir geht da überall die munition irgendwie aus scheiße die minigun die können wir natürlich auch noch nehmen ne oh Revolver 45 davon haben wir ne ganze menge ok da hinten ist einer den Revolver den setzen wir mal auf den machen auf die fünf weil das funktioniert mit dem anderen eh nicht und dann möchte das repartiergewehr gerne auf die sechs packen dann kann ich nämlich da wechseln geht doch weg hier hätte ich ja gerne natürlich auch ein zielfernrohr das wäre natürlich super da leuchtet irgendwo einer ne ich hänge fest ok nicht mehr wer leuchtet denn da ach das ist die lampe von dem kotzt was der die 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 da oben ist einer so weiter abschauen komm her na scheiße die treffe ich ja nicht ne oi 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 ich drück mir mal ins dimpeg gerade dass ich nicht sterbe ihr habt wegen nicht so einen alarm gemacht so so so